Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Folge Uncharted 4 bei Trend17TV Und ich muss gerade mal schauen, dass wir uns hier nicht entdecken lassen. Wir sind hier mit Elena unterwegs Immer noch auf der Suche nach Averys Schatz Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für euer Feedback für die letzten Folgen. Ganz lieben Dank nochmal im Voraus dafür So, dann wollen wir mal sehen, dass wir hier einigermaßen unentdeckt bleiben Meistens, wie ich mich kenne, schaffe ich das nicht sonderlich lange Ah, die ist so käst, die Frau, das ist so geil Ich würde so gerne hier jemanden... Guck dir das an, wie ein Wiesel dort Wie ein Wiesel, die Frau Oh, da kommt jemand Das würde ich hier gerne... Oh, ja, 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 ja Da könnte man in sich schön... Drain gibt sich nicht kampflos geschlagen Versuch's doch Wir sind bereit Ich bin bereit Wieder super knapp hier Aber jetzt, hier geht gerade so in eine andere Richtung Den könnte ich mir jetzt schön hier reinziehen Hier ist sonst keiner Oh, hat sie schon gemacht? Sie ist ja super cool drauf Ich krall mir mal die andere Puste So Ich weiß jetzt nicht, ob der hier jetzt rüberkommt Von drüben Ich denke mal, wir müssen da durch Oh, oh, der hätte uns fast gesehen Shit, shit, shit Dann haben wir verloren, wenn uns jemand sieht Oh, sind das viele? Ich glaube, wir müssen ins Wasser Das nützt nix So Jetzt haben wir hier keine Chance Oh, ja, da Den könnten wir uns hier reinziehen Oh, das war knapp Den haben wir So viel wie möglich Leise ausschalten Das ist natürlich immer gut Da ist noch eine schöne Granate Volle Granate Da könnten wir vielleicht auch hoch Hm Wo kommen wir hier denn jetzt weiter Ich glaube, wir müssen da Als Wasser springen Krass Und hier hoch Die Stadt im Wasser Also das muss ich sagen Also das muss ich sagen, ist wieder mal Das ist wieder mal richtig cool gemacht Oh Oh, den würde ich hier jetzt so gerne Oh, hier sind so viele, ne? Da muss man aufpassen Hier ist nämlich kein Gras Das ist ganz gefährlich hier Kann man den hier nicht herziehen? Okay Schnell wieder das Wasser Oh, schnell weg Der hat mich zu glücklich nicht gesehen Oh, das mit dem Tauchen Ist ja auch so richtig genial Oh, hier auftauchen Und diese Musik Oh shit Tauchen Das war wieder knapp Ich müsste eigentlich den nochmal eben markieren Mal hoch Das war auch super knapp Okay Da ist noch einer Wir müssen hier durch So, geh mal hoch Hoch, hoch Hier sieht uns keiner Ei, 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 ei Aber Elena hat Diesmal muss ich sagen Hat sie super geholfen Elena ist richtig killer Ist richtig gut So Gucken, ob da jemand Neues jetzt ist Noch hat er mich nicht gesehen Oh, sie ist auch Sie ist auch richtig heftig So, wo ist der andere? Da ist noch einer Ich kann die weg Shit Weg, 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 weg Weg Oh, oh, oh Shit, shit, shit Jetzt haben wir ein kleines Problem Würde ich sagen Okay Okay, wir wollen ihn nicht mehr Da kommen wir nicht hoch, ne? Ne Da oben Jetzt sind sie natürlich aufgekratzt Aufgekratzt Kommt nicht her Hier ist nämlich eine gute Position Das ist eine Situation. Glück können wir tauchen. Boah, diese Musik ist so genial. Dieses Level muss ich schon sagen, das liebe ich schon wieder. Das finde ich schon wieder geil. Das kommt richtig krass. Mega spannend. Schön von allen Seiten flankieren. Ast rein. Muss natürlich aufpassen jetzt. So, wir müssen wieder weg. Richtig coole Aktion. Ah, das sind ein paar Leutchen hier. Da ist einer oben. Okay. Ich versuche mal, ob ich hier wieder was erreichen kann. Sehr cool. Und tschüssi. Weg ist er wieder. Scheiße, scheiße. Ah, das macht nix. Ah, ich muss sagen, die KI ist gut hier, ne? Die ist richtig gut. Das ist gar nicht so einfach, die KI hier zu überlisten. Hm? Viele Gesichter! Lieber! Du kannst dich gewinnen! Ihr seid einfach zu doof. Mein Gott, wie viele sind das denn? Das ist ja eine Birne noch. Wo sind sie? Ach, scheiße. Das war nämlich ein Juggernaut. Da haben wir wieder unseren Juggernaut gehabt. Die kommen jetzt auch immer vermehrt. So, okay, wieder hoch. So, wir tauchen wieder runter und dann wieder... auf die andere Seite. Alter Schwede, ist das spannend hier. Das macht so einen Spaß. Aber finde ich bis jetzt eine der besten Level mit hier. Richtig geil. Absolut genial. So. Wo sind die? Säcke. Ich hab noch nichts. Was gefunden? Hier, tausend. Schauen wir mal. Noch sehe ich hier keinen. Hier ist auch keiner. Okay, gehen wir hier mal hin. Oh! Moment. Da. Ja, ja. Er könnte hier sein. Hier ist nichts. Oh, oh, wir haben hier wieder einen... Oh, oh. Das war klar, dass ich wieder... runter... runter... Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Oh, da ist Munition. Da ist Munition. Scheiße, scheiße. So. Oh, richtig Alarm. runter, 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 runter... Nein, 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 nicht. Oh, verflugt. Den haben wir. Oh, shit. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Mein Gott, was hat der denn... Endlich. Oh, scheiße. Alter Schwede. Den haben wir auch endlich. Meine Güte. Oh, 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 oh. Das war knapp. Bist du okay? Ja. Uh, was war das denn für eine Hammerschießerei? Für ein Mega-Level, richtig geil. Dafür will ich aber mindestens 1000 Daumen sehen, ihr Lieben. Hammergeil. Echt cool. Ah, das ist ein Scope. Das kann ich nicht gebrauchen. Gut, ich hätte jetzt die noch. Aber eigentlich die andere besser. Richtig coole Aktion hier. So, einmal rüber da. Schauen wir uns hier mal um. Hier gibt es nichts. Hm. So. Hier rüber. Ja, das war der Juggernaut, ne? Ja. Da kommen wir auch nicht weiter. Hier ist eine Erhöhung. Hier irgendwo durch vielleicht? Nö. Schnuckelhase, erzähl mir doch mal, wo müssen wir denn jetzt hier weiter? Also hier hoch, da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Hier ist so eine Art Tunnel. Ja, das sieht doch schon gut aus. Nein, die haben aber Strecken zurückgelegt. Hier was? Mein lieber Schwan. Hier unten rein. Das machen wir doch mal. Hier springen wir ins Wasser. Ach, das ist einfach zu schön hier. Da haben wir noch eine hübsche Brücke. Ach, das war bestimmt... Ach, hier kommen wir ja gerade her. Shit. Ich habe mich schon gefreut. Da vielleicht irgendwo doch lang. Ich spring da jetzt mal runter. Oh, hält der das... Oder stirbt der denn? Nee. Irgendwo geht das hier doch bestimmt noch weiter. Das sieht hier so schön aus da hinten. Hier geht es nicht lang. Hier geht es nicht lang? Nicht? Okay. Ah, so eine Wasserlevel, die finde ich richtig cool, muss ich sagen. Ja. Ja. Kann man auch überall schön hoch hier. Ja, das ist schon nice ist das. Da vielleicht drunter durch. Auch nicht, ne? Nee. Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Elena, gib mir doch mal einen Tipp. Schlucki, Pocki. Ja, da ist dieses schöne Haus, aber... Ich glaube nicht, dass... Ups. Das war knapp. Müssen wir da doch hoch irgendwie. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Und, äh... Ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.